Ich darf zu mir den Herrn Serenorienmeister zu bitten, den Nummer 25 Thomas Müller. Herrüber, erzählen Sie doch mal bitte ein bisschen Schwank aus Ihrem Leben. Also als Sprecher der Mannschaft, gewählt von mir, bedanke ich mich bei allen, die hier sind. Die Spieler sind ein bisschen müde, die Feier war sehr anstrengend, das Spiel auch. Und wo man schon beim Aufsehen. Wir gewinnen Meisterschaft, wir gewinnen Champion League, um Pokal auf, um Pokal auf. Wir gewinnen Meisterschaft, wir gewinnen Champion League, um Pokal auf, um Pokal auf. Und wo ist der Herrblüt? Danke, danke. Wo ist der Herrblüt? Was jetzt natürlich eigentlich nicht fehlen darf, meine Damen und Herren, ist ein klassischer Setzschmoll-Meanser. Boah, da war ein Lüffel, das kippt da jemand. Wo ist er? Wo ist Kaffer? War ein Lüffel. Ich war auf einen Lüffel, das ist das worthless. Wann? War das Kaffer? Raffinio, oh oh oh! Raffinio, oh oh oh! Raffinio! Hallo, Leute! Schulwärter, Alice, sie erhabnet das Dumpen gewonnen. Deine Erste Dumpen? Deine Erste? Deine Erste Matribe jetzt? Ah, zur Erste Dumpen. Hey Leute! Ja, der Thomas wünscht, dass ich ein bisschen singe. Das ist meine Spezialität. Louis Armstrong. Dann sing ich noch mal ein bisschen vor euch. Ja. 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 Aber, ich habe immer nur ein bisschen gezogen. Ich bin feucht, aber es ist nicht so nett. Ich bin ich nicht so nett und da muss ich sein. Ich bin ich nicht so nett, wie ich so nett sie mich bin. Es ist nicht so nett, wie ich da bin. Ich bin nicht so nett und du so nett. Und da kann es nicht so nett und du so nett. �., aber ich bin wie du so nett meinst. Und die ganzen Schrauben, Leute, auf! Und Pokalen, auch! Und die da oben auf dem Fenster, auch! Auf die Knie! 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 Da hinten, sieh noch ein wenig. Auf die Knie! Auf die Knie! Auf die Knie! Gebt mir ein Haar! Die Knie! Auf die Knie! UNTERTITELUNG